Präsident Jungsengjol hat Pläne präsentiert, um in der Hauptstadtregion den weltgrößten Cluster für hochmoderne Systemhalbleiter zu schaffen und 14 hochmoderne Industriekomplexe in anderen Regionen zerrichten. Entsprechende Pläne gab Jungs bekannt, als er heute eine Notfallsitzung zur Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger leitete. Spitzenindustrien seien der wichtigste Wachstumsmotor und zugleich ein strategisches Vermögen für die Sicherheit. Sie stünden auch in einem direkten Zusammenhang mit Arbeitsplätzen und dem Lebensunterhalt der Bürger, sagte er. Das wirtschaftliche Gefechtsfeld weihte sich von Halbleitern auf sämtliche Spitzenindustrien, darunter Batterien und Zukunftsautos aus. Jedes Land wolle keine Gelegenheit für massive Subventionen und steuerliche Begünstigungen auslassen, um Produktionsanlagen der Spitzenindustrien ins Land zu holen, hieß es weiter. Jung kündigte an, auf der Grundlage privater Investitionen in Höhe von 300 Billionen Won oder 230 Milliarden Dollar den weltgrößten Cluster für hochmoderne Systemhalbleiter in der Hauptstadtregion zu schaffen. Dabei würden die vorhandenen Produktionskomplexe für Speicherchips über 150 in- und ausländische Unternehmen in den Bereichen Teile, Materialien und Ausrüstung sowie der Fabless Valley in Pangio miteinander in Verbindung gebracht. Er versprach auch, 14 neue, hochmoderne Industriekomplexe außerhalb der Hauptstadtregion zu bauen, um Spitzenindustrien wie Weltraum, Zukunftsautos und Wasserstoff zu fördern. Er betonte, dass die Entwicklung von Spitzenindustrien auch mit einer ausgewogenen regionalen Entwicklung unmittelbar zusammenhänge. entsprechend müssten. Hier wird concludere. poo Es ist wichtig, dass die ganze Begleили durchschraest Tanzen ist. Untertitelung des ZDF, 2020